hallo und damen herzliches willkommen zurück bei drangas jinkasition in dem jetzt die roten templar aus dem hochhain vertrieben werden vertreiben werden und damit wir frieden in den hochhain bringen werden aber unglaublich wie rotes lyrium existiert ich kann es nicht zerstören ich kann es nicht anklicken nicht sehr schade so viel rotes lyrium ist unglaublich ja 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 Erhöhe nicht. Ich hau dich zu den Stücke. Oh, komm. Auch. Oh, komm schon. Sind die alle weg? Bogen der roten Templar. Was haben wir hier? Plüschiger nehme ich mal mit. Ist es so gut, hier ein Lager aufzuschlagen, wenn hier rotes Lyrium herrscht? Ich weiß ja nicht. Oh, wir haben alles zerstört. Okay. Das Rotulium wurde zerstört, okay. Besiegt die roten Templar. Da kommt es Aufstieg. Na gut. Wo ist das Aufstieg? Dort. Und ich muss auch Rüste zerstören. Wieder einmal. Ich muss doch so viel machen, wenn ich im Offscreen bin. Das ist unglaublich. Na komm. Dann erledigen wir das mal in Drakons Aufstieg. Ach, Herr Emi. Ach, dass sie auf dem Weg haben, die das rote Lyrium schon alles zerstört. Ah, das ist sehr gut. Das ist sehr, sehr gut. Haben die alles auf dem Weg da zerstört. Außer dort. Dort ist es immer noch. Dieses rote, ekelhafte Pestzeug, ey. Wie komme ich denn da hoch? Was für gigantische Bauwerke hier existieren. Unglaublich. Ich muss wahrscheinlich hier irgendwo lang gehen. Sarnia. Die andere Stadt von Narnia. Nein, er geht so zu einem Lager. Hä, wie komme ich denn da hin? Wie komme ich denn wohl am besten hier über die Berge komme ich ja offenbar nicht hin. Der einzige Weg, der existiert, ist über diese zerstörte Brücke. Ja, was denn? Ne, da komme ich nicht hin. Reisen wir mal zurück. Hoch, Herr Emi. Okay. Wie komme ich da oben hoch? Ah, wahrscheinlich da lang. Nehme ich in Anspruch. Holzschlagposition. Ich habe ein Holzschlagposition. Ich komme hier oben. Ich komme hier oben. gibt es sowohl hier sind holzschlag position interessant ich würde hier nur ungern verweilen alphonse passage ich habe keine ahnung wie man sonst auch hochkommt ich komme ich da weiter hoch ich möchte extrem großen über den see laufen ich nehme stark an ich muss über den see laufen das ist der einzige sinnvolle weg dann gehen wir mal wieder auf den see rotes lirium kann ich nicht zerstören nein kann ich nicht wow das hat es gebracht flechtrebe tatsächlich vielleicht komme ich hier tatsächlich dorthin was passiert der schlitter in der luft zu beteiligen jetzt ist das das war ich habe ich zum muß entdeckte elfische ruine in der story und sommer ich habe jetzt den ganzen weg außen herumlaufen auch das ist eine schöne statue was ist hier drin trankgürtel ein plus ein zusätzlichen trank und schafft er kann so nicht mit es sind viel anderes oder so ist die sein lagerfeuer bereit liebe freunde wo nein 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 Nein, nein. Jetzt aber. Kümmert euch einmal um ihn. Danke. Damit ich ein bisschen schließen kann. Wow. Der ist ein starker Dämon. Oder, Bruder? Oder? 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 Ja, Mann! Komm schon! Ja, Mann! Wow! Hier können wir euch im Dämonen, ich kann mich übernehmen, dass... ...normal... ...so... ...so... Ich muss doch versuchen, den Rissen nicht zu schwächen! ...so... 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 ... ... ...kurs bevor ich getroffen wurde, hab ich doch geschafft! ... ... ... Tschüss! ... 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 einen weg und das ist hier über den mit dem rücken weg aber da komme ich gar nicht hin alles andere ist hier irgendwie zugemauert das ist das leider ich komme hier leider nicht hin das ist ich da ehrlich aber hier auf der insel scheint irgendwas zu sein aha hier ist fragezeichen vielleicht komme ich ja irgendwie hier auf die insel ich bin auf der insel sowohl holzschlagposition super endlich weiß ich mal wie ich wo ich wirklich wo ich die finde das ist abgeschlossen nehmen wir mit wie eine tür wo ich nicht reinkomme ich brauche geschickte hände gut werkzeug um da einzukommen ok weiß ich was ich als nächstes aus bist du also ganz ehrlich ich weiß nicht wie ich hier im priester lion befreien soll wenn ich keine ahnung habe wie ich über diese zerstörte brücke hin vollkommen soll was ist denn das für ein weg ich gehe mal hier lang ok also hier geht kein weg runter war das darf doch nicht wahr sein ich kann mich denn da hoch ich wusste gar nicht dass auch die karte eine art wie heißt es ende kennt ja super ich komme mit kein stück weiter das heißt ich muss zurück zur himmels festreisen ich kann ihn druck uns aufstieg gleich nicht besiegen weil ich da nicht hinkomme das ist es ja also deaktivieren wir die quest reisen zurück zur himmels feste es ist ärgerlich das ist aber echt ärgerlich wenn da kein weg dahin führt nur die brücke der ort ist wo ich darüber komme dann muss ich über die brücke reparieren offenbar das ist also so sehe ich das ob ich das machen muss weiß ich nicht ja komm platz schneller vielleicht hätte ich ja irgendwas am kartentisch erreichen um an die feste ranzukommen ich muss ja irgendwas machen können ich stehe einfach nur da kann nichts tun ladezeiten extrem lang also mit 404 kann das echt kann es schon ein sich die hand reichen bei den ladezeiten hier ladezeiten sind genauso lang ich weiß ich klinge jetzt sehr langweilt aber die ladezeiten ihr könnt ihr das alles vor skippen ich schneide zum beispiel nichts raus bei mir ist alles authentisch authentisch und zum beispiel könnte auch die eine frau damit ja komischen kleinen kiste dann nicht anklicken auch ein bisschen seltsam hallo kassandra wie geht's dir es gibt da etwas das mich beunruhigt inquisitor liliana erhält immer wieder berichte über besessene magier und abtrünnige templar doch es gibt niemanden der dem nachgeht ich hatte gehofft wir könnten uns damit befassen bevor es noch schlimmer wird natürlich ja natürlich wir können dem nachgehen sobald ich von derartigen vorfällen höre werde ich die orte auf der karte markieren inquisitor außerdem würde ich euch gerne begleiten wenn ihr der sache auf den grund geht nachforschen also dieses buch das ihr gelesen habt ja was ist damit unter eurer harten wortkagen schale schlägt also ein wahrhaft romantisches herz und warum klingt das bei euch wie eine beleidigung romantik ist mehr als das fiedrige schmachten zarter damen in rüschenkleidern sie bedeutet leidenschaft sie bedeutet im streben nach einem ideal aufzugehen was daran könnte man denn bitteschön nicht mögen ich mag dass sie es mögt ich stimme euch vollkommen zu und warum lacht ihr dann über mich das tue ich nicht das wird mich ewig verfolgen nicht wahr oh ja das wird es was ja du kannst du mich gerne nennen kannst du auch gerne gott nennen wenn du möchtest gehe ich mal hin wie ihr befehlt ist es wahr inquisitor ist das mal auf eurer hand die folge von korypheos magie korypheos hat behauptet es wäre ein fehlgeschlagener zauber gewesen ich wollte es als eine segnung sehen als ein zeichen dass der erbauer zu seiner schöpfung zurückkehrt wie blauäugig von mir der anker ist nichts weiter als das ergebnis eines fehlgeschlagenen zaubers zumindest hattet ihr das glück ihn korypheos nehmen zu können tut er weh der anker meine ich er sieht vielleicht seltsam aus aber er hat mir noch keinerlei schaden zugefügt was ein kleines wunder ist wenn man bedenkt dass er von korypheos stammt oh ja gut dann gehen wir kurz noch an den kartentisch und dann war es das auch wieder für die folge wenn ich nichts machen kann kann ich nichts machen finde ich sehr sehr schade ich weiß ja nicht wie ich diese brücke da überqueren soll legt irgendein bericht bereit ja das tut es meisterhafter marbarik griff super ein verschwundener meuchelmörder verfügbar der preis der macht was weiß im gang mehr soßen jetzt mal krieren kontakt aufnehmen tut da mache ich das natürlich dorthin zusammen sehr schön oh mein gott sehr wohl nicht beteiligt sehr von wäre ein nützlicher verbündeter wir können immer ressourcen zukommen lassen werden wir offiziell unser bündnis mit den krähen zurecht halten noch ein märchen mit der uns helfen will und das nachdem er eines unserer anderen märchenmörder getötet hat wir haben schon die krähen damals warum sollten wir die ganze zeit noch komplizierter machen liana das machst du kennst das schon länger und damit beende ich dann die folge bleibt mir gewogen und bis morgen